Ihr Lieben, ich wollte euch doch mal zeigen, was mir noch so ein bisschen beim Abnehmen mithilft. Ohne Bewegung läuft nämlich ja nichts. Durch mein Implantat in der Halswirbelsäule ist nicht ganz so viel drin. Noch nicht. Außer Laufen. Was ich ja mit dem Hund jeden Tag mache. Aber jetzt wird ihr hulert. Hach. Hach.